Neue Woche Altersmoothie. Heute geht es wieder los mit dem typischen Wochenstart mit ungestellten Hanfsamen, mit Buchweizen, mit Braunhörse, mit Algen also Chlorella und den Kelbalgen. Dazu haben wir Moringa, Gerstengras und Weizengraspulver, Nebenpulver, Ginsengpulver, MSM-Pulver, dann frische Granatapfelkanne, frischer Apfel, frische Banane, frische Pastinake, frische Rote Beete, ein Stück Brokkoli gefrorenen, Spinat gefrorenen, Grünkohl gefrorene Himbeeren und gefrorene tropische exotische Früchte Mischung. Ich hoffe ich habe nichts vergessen, aber so ungefähr dürfte es das gewesen sein. Achso, frischer Ingwer und frischer Kurkuma ist noch drin. So, jetzt gibt es für uns hier Rohkost Spaghetti, Gurkenrohkost Spaghetti mit einer Tomatensauce, einer selbst gemachten Tomatensauce von pasteurisierten Tomaten, von Cashewnüssen, von Champignons und von Pizzagürz. Zwiebeln haben wir vergessen, wollten wir eigentlich mit reinmachen, aber schmeckt trotzdem geil. So, abends haben wir jetzt noch ein paar Weintrauben gegessen und jetzt mache ich nur 3 Orangen und dann bin ich durch mit der Übung heute. So, mein Morgensmoothie. Ich habe jetzt nur noch ein Glas, weil ich froh bin, dass ich noch daran gedacht habe, dass zu filmen. In dem Smoothie sind im Endeffekt die selben Dinge drin wie gestern, außer dass ich heute aus dem Garten frischen Sellerie noch reingemacht habe und ein paar Pilze, die noch weg mussten. Heute gibt es wieder Gurkenspaghetti und zwar auch wieder mit der Tomatensauce, aber die schmeckt irgendwie nicht so geil wie gestern und dann haben wir mit rein gemacht und keine Ahnung. Irgendwie haben wir was anderes gemacht und wissen aber nicht was. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt Gurkenspaghetti. So, das war mein Abendbrot. Ich bin leider heute sehr sehr vergesslich. Das waren Weintrauben, ungefähr 2 Kilo. Heute wieder in unendlicher Schönheit und Anmut mein Smoothie. Unten geht es los mit MSM Pulver, mit Buchweizen, mit Hanfsamen, also ungefehlten Hanfsamen. Dann haben wir Moringa Pulver, Gassengraspulver und Weizengraspulver Mix. Dann haben wir gefrorene Himbeeren. Dann haben wir Chlorella Alken und Kelb Alken. Dann haben wir eine gefrorene tropische Früchte Mischung. Gefrorene Grünkohl, gefroren Spinat, Granatapfel, Kanne, Bananen, Apfel, Rote Beete, dann Grünkohl aus dem Garten mit kleinen Eiern von, ähm, wie heißen die, dieser weißen Fliegen, also kleine weißen Fliegeneier. Für alle Extremveganer unter euch könnt ihr mich jetzt deabonnieren, wisst ihr ja Bescheid. Und ein Sellerieblatt, genau. Und Apfel habe ich schon gesagt und das dürfte es gewesen sein und jetzt geht es los. So, jetzt gibt es bei uns Wildreis, Zwiebel, Gurken und Tomatensalat. Essigöl, Salz und eigentlich nur Salz und Pfeffer habe ich bei mir drauf gemacht. Mein Sohnmann mag nicht so Pfeffer. Jupp, und das war's. So, jetzt haben wir noch drei von den Riegeln hier verspeist. Totaler Stress-Tag heute. Ähm, ja. Und ich habe heute früh jetzt gar nicht mehr die Zeit, jetzt groß noch was zu machen. Deswegen nehme ich mir hier so zwei Oatsnacks mit und mal sehen, was es dann heute noch so gibt. Das ist jetzt mein Abendbrot und das sind acht Rohkost-Falafel in dem Falafel-Restaurant. Es ist mein Abendbrot. Ähm, nach diesen acht, äh, Falafel-Bällchen, äh, ist das jetzt hier ein Kürbis-Schokomuffin. Schmeckt sehr gut, schmeckt sehr fruchtig. Ähm, vielleicht ein Tick zu fettig, aber, ähm, ja, wie... Schmeckt süß? Schmeckt süß. Nicht sehr süß, aber schmeckt süß. Und, ähm, schmeckt aber das Schöne ist, dass er auch so frisch ist. Das, da ist das Fettiger geht ein bisschen unter. Das passt gut, das Frisch und Fettiger. Wenn es jetzt nur fettig wäre, scheiße. Aber Frisch und Fettig ist okay. So, ich habe heute ausfertig geschlafen und, äh, ja, dort wo ich war, habe ich zum Frühstück einen Apfel bekommen und, äh, ja, den verspeist. Und, ja, jetzt ist schon nach Mittag. Ich bin, äh, quasi wieder zu Hause und, ähm, ja, werde ich mir hier ein paar Bananen, ähm, ein paar Walnüsse und ein Bananenbrot essen. Das Bananenbrot habe ich allerdings jetzt schon gegessen. Aber, ja, und jetzt wäre ich, ich dachte, das reicht jetzt hier, aber ich werde es aber Bananen, paar Nüsse essen und, ja, da ist gut. Und wenn Sie heute Abend noch einen Smoothie oder heute mal wieder auf einen Smoothie verzichten. Ja, also ganz ohne Smoothie geht es dann doch nicht. Jetzt zum fortschreitenden Abend trinke ich dann doch noch einen Smoothie, allerdings ohne die, ja, Sättigungsfaktoren, Buchweizen und, äh, getrocknete Hanfs haben, sondern sehr fruchtig und pulverig und gemüsig und, ja, gehen wir einfach mal durch. Also unten ist, äh, Bentonit drin und etwas Brennnessel, dazu Chlorella-Algen und Kelb-Algen. Dann habe ich ein bisschen Erbsenprotein reingemacht, dann Weizengras, Moringa und Gerstengras und Chlorella-Algen hatte ich glaube ich schon gesagt, das ist gar nicht Chlorella-Algen. Auf jeden Fall ist noch Braunhörse drin und, äh, dann kommen wir schon zu den gefrorenen Zutaten, gefrorene Himbeeren, gefrorene tropische Früchte-Mischung, gefrorenen Grünkohl, gefrorenen Spinat, frische Bananen, frischer Apfel, rote Beete, Brokkoli, Granatapfel-Tanne und frischer grüner Salat.